Hallo und herzlich willkommen bei Playertainment TV. Mein Name ist Alena Gerbe und ich begrüße euch herzlich aus unserem Playertainment Stadium. Richtig gehört, wir haben ein eigenes Stadion und du darfst auf gar keinen Fall fehlen. Das ist meine Playbox, da interviewe ich meine Gäste. 1, 2, 3, cheat the change in your body, G-G-G. We're gonna make history, revolutionary mediocrity. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Musik Wir sehen uns wieder zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Köln-Arena. Wir sehen uns beim nächsten Mal.